UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klappt! Herr Minister Eickmeier, gehen Sie zurück in Ihr Büro und erledigen Sie die Sachen, die zu tun sind. Wir sind hier, weil Sie Ihre Arbeit nicht ordentlich machen. Hup, hap, hap, Kuhnestab! Hup, hap, hap! Hup, hap, hap! Hup, hap, hap! Hup, hap, hap! Hup, hap, Kuhnestab! Hup, hap, hap! Hup, hap, hap! Hup, hap, hap! Abschalten, abschalten, abschalten! Abschalten, abschalten!